Zugriff. Mein Gott. Wie lange dauert sie aufzuspüren? Sandra Bullock, gejagt von Cyberterroristen. In Das Netz. Ab 4. Dezember auf Scene Action. Ich kann 80 Gigs Daten in meinem Gehirn streichern. Das dumme ist, jemand hat mir einen Haufen mehr eingeladen und ich weiß nicht, wie ich es rausbekomme. Ein Datenkurier zwischen den Fronten der Computerkonzerne. Das, was ich in meinem Kopf trage, hat einen Wert von Millionen. Thriller im Cyberspace. Verschaffen Sie mir seinen Kopf innerhalb 24 Stunden. Ich habe ein Problem. Tödliche Gefahren in der virtuellen Welt. SF zeigt. Piano Reeves in Vernetzt. Johnny Mnemonic. Bleibt von ihm weg, er ist zu verrückt. Zeit zum Sterben. Zeit habe ich. Sag auf Wiedersehen. Der wertvollste Computerchip der Welt befindet sich im Kopf von Johnny Mnemonic. Wenn ich falle, sind sie erledigt. Als die Kontinente in der Sintblut versanken. Es heißt, wenn du das Bild dieses Kindes verstehst, führt es dich auf direktem Wege nach Dryland. Es gab nur wenige Überlebende. Geht nicht, du blöder Aum! Töte den Pax! Jetzt kämpfen sie um den letzten Flecken trockener Erde. Wir müssen ihn im Auge behalten. Die exzentrische Welt einer bizarren Fiktion. Waterworlds. Kevin Costner und Dennis Hopper in Waterworlds auf Sine Action. Untertitelung des ZDF für funk, 2017